Die Kamera hat gerade noch geschlafen. Ich sehe nichts. Aber doch ganz wenig. Man sieht kaum was, ne? Also es liegt auch an meiner Brille jetzt. Displays sind schon irgendwie komisch. Die Püsten sehen gut aus. Super ist das. Ja, die Püsten sehen eigentlich ganz gut aus. Schön weich alles. Ja, nicht zu viel. Wenigsten kann man nicht hart fallen. Wenigsten kann man nicht hart fallen. Das Eis von gestern ist jetzt glaube ich auch schon wieder zugeschneit. Gestern kam es ja dann zwischendurch mal raus, ne? Ja, so sieht es gut aus. Ja, das sieht ganz gut aus. Aber wir werden es ja jetzt prüfen können. Ich würde langsam unsere Skier runternehmen. Ja, 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 ich komme. Oh, schon. Ja, ja.